Hallihallo, heute bringe ich euch wieder ein paar neue Angriffe, die ihr für mich gepostet habt. Viel spaß damit. Zum Üben haut Manuel Neuer raus. Ja, beim Üben hätte ich dann eventuell den King vorgesetzt, dass der halt noch mal tankt. Weil wenn die ja schon relativ viele Magier dann abrauchen, ist natürlich schade dann, wenn du da sitzt und dann, ja, schade. Aber ansonsten geht's gut durch. Heal, gut gedroppt. Ich denke mal, das Dunkle ist auch gleich weg. Bäm, Junge, schön die Magier, ganz genau. Schön das Dunkle weggesnackt auf jeden Fall. Schade, dass die Packers draußen rumgegangen sind. Die hätten dir natürlich sonst innen drin richtig gut geholfen. Aber noch ist keine Tesla am Start. Die Walküre, die hältst nicht mehr lange aus oben hier. Jo, da ist sie weg. Aber du hast noch eine Minute. Die laufen einfach außen rum, bringen dir aber dann keinen Loot mehr. Und die werden nicht mehr schaffen. Das war's dann. Die kommen nicht mehr bis hierhin. Auf keinen Fall. Da reicht dann die Zeit nicht mehr aus. Und auch die Truppen nicht. Passt. Ohohoho, Master Loda, a.k.a. Nova, greift mit Bowlern an. Bowler-Heiler-Taktik. Max-9er. Ja, genau, Max-9er. So sieht ein Max-9er aus, auf jeden Fall. Komplett auch Helden oben. Krasses Pferd, Junge. Krasses Pferd. Schön mit dem Warden. Und der Inferno, ja, dadurch, dass der halt im Multi-Bereich ist. Hey, die, die. Guckt mal, das ist schon knapp. Und dann geht's gerade doch noch so. Ja, okay, sie leben noch. Dann wird der innere Kern komplett überrannt. Hier haben wir einen Single. Mitte, hier, da ist ein Single. Gut, dass er den King nicht getriggert hat. Weil sonst sitzt du natürlich ganz schnell da und hast ein Problem. Ah, da sind noch einige Bowler. Aber die sind natürlich jetzt komplett gefangen. Wäre natürlich geil, wenn die noch vorgerannt gewesen wären. Wir haben aber die Ability noch von der Queen. Das läuft richtig nice. King ist weg. Warden passt aber noch. Der hat halt eben die Mega-Reichweite. Nicht so die Schusskraft. Aber die Reichweite ist halt echt mega. So, und jetzt, guck mal. Hier haben wir zweimal Einzelschaden noch und das war's. Richtig, richtig nice. Hier, zwei. Ja, zwei Heiler. Ne, drei sogar. Die heilen das komplett hier, das Ding. Läuft richtig geil. Ability gezündet von der Queen. Da gehen jetzt noch ein paar Trüppchen drauf. Aber richtig krasser Durchmarsch. Geiles Ding auf jeden Fall. Sehr, sehr cooler Bowler-Angriff. Gut gemacht. Nova. Julian. Julian greift an mit Kobi-Bogi-Taktik. Wie gesagt, ist eine geile Geschichte. Ist echt eine richtig, richtig coole Nummer. Weil, ich hab's halt auch gesehen jetzt, als ich da wirklich gefarmt hab, einfach mit dem, äh, mit meinem zweite Account auch. Echt mega easy und man kann relativ viele, äh, Base-Designs halt, äh, gut knacken. Knacken. Das ist cool. Das ist richtig cool. So viel Riesen hättest du gar nicht gebraucht eigentlich. Oh yeah. Bam, Junge. Bam. Zack, weg. Das war's schon. Das, das war's schon. Da war Loot, da war Loot. Und fertig. Aber du hast dir gesagt, ach komm, wenn dann richtig. Ja, wollen wir ihn hier richtig auseinandernehmen. Hast noch. Und Tustart rausgemacht. Passt. Richtig schöner Loot auf jeden Fall. Richtig schöner Loot. Nice. Oli nochmal. C.W. Bruce. Mein Nachbar. Heißt Bruns. Also dahinter noch ein M. Und. Der ist eine coole Socke. Hier brauchte er jetzt auch keine Angst haben. Wo kommen denn, wo gehen denn die Packers lang? Die konnten nur da lang. Schade, dass die Magier sich halt gesagt haben, ah ja, wir gehen da doch lang. Außen, aber das passt. Schön Rage drinne. Da wird richtig aufgeräumt auf jeden Fall. So. Town Hall geht down. Das ist so schnell. So schnell ist das fertig. Und jetzt hier. Hau den Riesen noch raus, würde ich sagen. Hau den Riesen noch raus. Noch kann er laufen. Schick das Ding in den Ring. Richtig, 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 richtig nice. Ja, hier ist mit der Mauer richtig tricky. Ja, ja. Ganz genau. Man sitzt da und denkt, oh, an manchen Stellen kann der King so viel. Und dann beißt er sich halt wirklich an so einer innenliegenden Mauer die Zähne aus. Das ist schon richtig, richtig kacke. Aber so ist das. Jetzt, ja, einwandfrei. Keine Gefahr durch den Magiaturm. Easy going. Aber durch die Bombe noch hier. Durch die Bombe noch. Richtig fett Gefahr am Start. Richtig nice. Das soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.